Liebe Geschwister im Islam, hier der Hadith Nummer 5, der Hadith der Woche, auch wenn er etwas später kommt als sonst. Wir haben einen sehr schönen Hadith, der sagte, wer für die gläubigen Männer und Frauen und Vergebung bittet, erhält von Allah für jeden gläubigen Mann und jede gläubige Frau eine Belohnung. Der Hadith ist von Shah al-Albani als Sahih gestuft. Und dieser Hadith ist ein sehr schöner Hadith, der uns besagt, wenn wir um Vergebung bitten für alle muslimischen Männer und Frauen, kriegen wir für jeden eine Belohnung. Und Alhamdulillah, wer braucht von uns keine Belohnung? Also, möge Allah alle muslimischen Männer und alle muslimischen Frauen auf dieser Welt vergeben. Barakallahu al-Aflikum. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas Nützliches mitnehmen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Und bis zur nächsten Woche mit dem nächsten Hadith. Und bis zur nächsten Woche mit dem nächsten Mal. Und bis zur nächsten Woche mit dem nächsten Mal. Und bis zur nächsten Woche mit dem nächsten Mal.